In diesem Video zeigen wir, wie die Phrasenstruktur eines Satzes dargestellt werden kann. Wollen wir die Phrasenstruktur eines Satzes bestimmen, sollten wir wie folgt vorgehen. 1. Wir versehen alle Wörter mit den notwendigen Wortarten-Informationen. 2. Nomen und Nominalfrasen versehen wir zusätzlich immer mit der Information über den Kasus. Dazu nutzen wir die Maskulinprobe. Wir setzen also ein maskulines Nomen im Singular ein und können direkt am definiten Artikel den Kasus ablesen. 3. Wir bestimmen die Phrasen mithilfe von Verschiebe-, Ersatz- und Erweiterungsprobe. 4. Zur Ermittlung des Kerns nutzen wir dann gegebenenfalls die Wecklassprobe. Aber wie kann man diese Phrasenstruktur nun darstellen? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. A. Die Stemmerschreibweise. B. Die Klammerschreibweise. Das Stemmer verzweigt sich wie ein Baum und stellt die einzelnen Phrasen in ihrer Hierarchie zueinander dar. Schauen wir uns dazu den folgenden Satz genauer an. Gestern lief die hungrige Anna zum Bäcker. Wir versehen den Satz mit den Informationen über die Wortarten und nutzen die verschiedenen Proben zur Bestimmung der Phrasen. Unsere Phrasen sind Gestern Lief Die hungrige Anna Und Zum Bäcker Mithilfe der Zweige stellen wir nun die Phrasen dar. Wir können sehen, dass die Nominalfrase im Nominativ und die Verbphrase auf der gleichen Ebene stehen. Ihnen ordnen sich die anderen Ebenen unter. Außerdem können wir erkennen, dass in der Nominalfrase im Nominativ, also die hungrige Anna, noch eine Adjektivphrase steckt. Adjektive, die zwischen Artikel und Nomen stehen, bilden immer eine Adjektivphrase, die der Nominalfrase untergeordnet ist. Das Adverb gestern bildet hier ganz unspektakulär eine Adverbphrase. Die Präpositionalfrase ordnet eine Nominalfrase, nämlich Bäcker, unter. Da Präpositionen Kasus fordernd sind, also ein Nomen in einem bestimmten Kasus verlangen, geht das auch gar nicht anders. Zuletzt sehen wir, was sich strukturell alles in der Verbalphrase unterordnet. Neben dem eigentlichen Verb sind das alle Phrasen, die nicht zur Nominalfrase im Nominativ gehören. Soll eine Phrasenstruktur schnell und übersichtlich aufgeschrieben werden, eignet sich die Klammerschreibweise mehr. Hier werden statt der Zweige eckige Klammern genutzt, um die Phrasen zu markieren. Unter der jeweiligen Phrase wird dann ihre Bezeichnung vermerkt. Auch hier wird deutlich, dass in einigen Phrasen noch weitere Phrasen eingebettet sind. Zum Beispiel in der Präpositionalfrase zum Bäcker steckt die Nominalfrase Bäcker. Lösen wir die Präposition zum in zudem auf, sehen wir sofort, dass Bäcker im Dativ steht. Schwieriger ist es in dieser Darstellung jedoch, die untergeordneten Phrasen der Verbalphrase darzustellen. Deshalb wird darauf oft verzichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017